In diesem Video geht es um die besten Schneeketten. Der Qualitätssieger in unserem Schneekette-Test geht an die PWAG 371042. PWAG Servo RS 75 sportlich. Spannend, schnell, hochwertige Schneekette mit PWAG Servo-Technologie. Besonders für Fahrzeuge mit hoher Motorleistung entwickelt, bietet die innovative und patentierte PWAG Servo den Komfort einer Standmontage sowie Verlässlichkeit unter allen Bedingungen. Eine Schneekette, die vor allem viel Fahrer überzeugt. Anwendung, empfohlen für frontgetriebene Fahrzeuge. Optimal für Stadtfahrten und befestigte Straßen. Hochwertige Kette mit innovativer Technologie PWAG Servo Ratsche spannt Kette automatisch. Leichte Demontage durch selbstöffnenden Innenverschluss. Innovatives Starwave Rillenprofil erhöht die Traktion. Und einen Felgenschutz. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die PWAG 585 75 Star PWAG Brenta 9X MB 73. Bewährte Technik. Zuverlässig im Einsatz. Die 9mm Kette für Fahrzeuge mit engen Freiräumen. Anwendung. Empfohlen für frontgetriebene Fahrzeuge. Optimal für Stadtfahrten und befestigte Straßen. 9mm für Autos mit geringem Freiraum im Radkasten. Innenverschluss ist einfach und schnell zu bedienen. Manuelle Kettenspannung Kette wird händisch nachgespannt. Innovatives Starwave Rillenprofil erhöht die Traktion. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Schneekette-Test ist die Sumex HUSA D90. Schneeketten Husky Aufstieg 9mm. Einfach zu installieren und sehr effektiv. Edelstahl von höchster Qualität. Selbstspannungssystem. Europäische Zertifizierungen und Zulassungen TÜV und GS 9mm und für verschiedene Maßnahmen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.